Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von dem Alex Hallo Und dem Sebastian, das bin ich. Wir erzählen euch ganz kurz und knackig mal eben was über das Community Zocken, das jetzt ganz bald, 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 bald anstehen wird Und über unseren neuen Uploadplan, der ab sofort, ab jetzt in Kraft treten wird. Und ich würde sagen, Alex beginnt mal mit dem Community Zocken Ja, das Community Let's Play Community Zocken soll stattfinden am Samstag, den 4. August, denn der kann ja nicht lügen, das ist der kommende Samstag in zwei Tagen Und ja, wir haben das etwas spontan gemacht, da... Also werden wir das Video hochladen morgen, also für euch, morgen Community Zocken Genau, also morgen, ja da hast du recht, genau Und wir würden uns echt freuen, weil wir haben jetzt natürlich nicht die Riesen Community, deswegen kann man jetzt nicht so von Riesen Community Let's Play sprechen Aber wir wollten das aufnehmen und wir würden uns echt freuen, wenn ihr auf dem Team Speed kommt und wenn ihr zum Beispiel im Battlelog, werdet ihr sicherlich Freunde haben Wenn ihr ein paar Freunde anschreibt, die können einfach auf dem Team Speed kommen Und da würden wir uns zocken, das Ganze soll um 18 Uhr sein, würde ich sagen Ja, genau, 18 Uhr wäre ganz gut, ähm, wie gesagt... Wenn ihr zufällig 10 Leute, wenn 10 Leute kommen sollten, da essen müssen, dann verschieben wir es auch auf 19 Uhr Aber das Zeitfenster sollte noch sein, dann suchen wir uns einen Server, zocken schön, nimm das auf Genau Und wenn wir genug sind, wieder erwarten zum Beispiel 20 Leute, dann können wir 10 gegen 10 spielen Oder so etwas Ja, also es kann wirklich jeder kommen, egal ob Mutter, Tante, Onkel, Groß, Eltern, was weiß ich Ihr könnt wirklich jeden mitbringen Muss nur Battlefield haben, genau, wir würden uns echt freuen Genau, das Spiel wird Battlefield 3 sein Ja Und, ähm, ja, wir können dann eventuell auch mal... Ne, okay, ne, wir bleiben bei Battlefield 3, das ist schon... Kann man die meisten, glaube ich Ja, das haben viele Wir würden uns wahrscheinlich eher auf den Rush-Modus beschränken, würde ich mal sagen Ja, genau, genau Da kann man richtig schön dann 10 gegen 10 oder so spielen Aber wenn wir so viele zusammen kriegen, wie gesagt, es wäre schön, bringt eure Freunde mit Das würde uns sehr freuen Ja Solltet ihr mal nicht auf den Teamspeak kommen, dann liegt es, also vor, morgen, vor übermorgen 18 Uhr Oder für euch morgen 18 Uhr, da liegt es daran, dass der Teamspeak gerade noch 6 Slots hat Aber Slots hat, aber das erweitere ich noch Genau Hoffen wir, dass Leute kommen Schreibt es bitte in die Kommentare, damit wir uns riesen vorbereiten können hier Damit wir vorbereiten können, wie viele Leute kommen Ich hoffe mal, dass es mehr als 5 oder 6 sind Also wir würden uns echt freuen Ja Schreibt eure Freunde an Die müssen auch von mir aus auch nicht mal meinen Headset haben, Hauptsache die sind Hocken und Veräßung Und wir wissen, wie viele Leute sind und die zocken mit uns Also Ja, das wäre echt nice Das wäre richtig nice Und Ich würde sagen, dann mache ich mal weiter mit dem Upload-Plan Ach, das lese ich Ihnen vor Und ich schalte mich mal aus, der wird rechts auf unserer YouTube-Seite angezeigt Auf wo jetzt geplante Projekte steht Genau Also auf unserer Kanalseite werde ich das dann noch hinschreiben Aber ihr werdet es auch jetzt gleich schön im Video sehen Das werde ich dann da irgendwie reinhauen Damit man das auch nochmal als gute Übersicht sehen wird Und zwar Von vornherein muss man dazu sagen Das ist jetzt ein Plan Den werden wir auch so umsetzen Allerdings Werden wir, wenn wir irgendwas anderes aufgenommen haben Zum Beispiel Irgendein anderes Game Call of Duty zum Beispiel Genau, das uns jetzt mal eingefallen ist Oder irgendwie sowas Dann werden wir das dann noch irgendwie dazwischen quetschen oder so Also es heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nur noch diese Videos machen Wir werden auch noch viele andere Videos machen Und die werden wir dann irgendwie noch dazwischen hauen Das wird wohl irgendwie klappen Oder irgendwann wird zum Beispiel bei Photoshop zu Ende Das kommt dann ein neues Wir müssen halt gucken, wie wir es schaffen Genau Wir werden einfach mal gucken Dann haben wir noch ein bisschen Zeit Okay Also montags Werden zwei Videos kommen Und zwar wäre das als erstes Video Das Bioshock Let's Play Und als zweites Video ein Battlefield Multiplayer Video Zeiten, das habe ich noch gerade ganz vergessen Da sind wir uns noch nicht ganz sicher Wahrscheinlich werden das die jetzigen Zeiten werden Also 14, 15 Uhr und 17, 18 Uhr So ungefähr Irgendwie sowas Ja, aber wir kriegen dann natürlich auch jetzt, wenn wieder Schule ist Wir haben am Tag noch Ferien Kriegen wir alle neue Stundenpläne Und dann müssen wir mal gucken, wie das klappt Ja Aber erstmal wird das höchstwahrscheinlich so alles hinhauen Am Dienstag kommt Da 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 da, da kündige ich jetzt ein neues Let's Play an Und zwar der Justus startet ein Let's Play auf der Playstation 3 Und zwar wird das sein Red Dead Redemption Ein Outlast-Game Das wird auch ziemlich lange dauern Dann wird er mindestens an die 100 Part mit der Freude mit ihm haben Ja, das wird richtig geil Da freue ich mich auch richtig drauf Das werde ich mir auf jeden Fall angucken Ja Da Red Dead Redemption richtig cooles Spiel ist Da das leider nie für PC gemacht worden ist Und nur auf PS3 Möchte ich das auch mal unbedingt haben Für die ist es doch auch, oder? Das weiß ich nicht Ich glaube auch, ja Am Mittwoch wird dann wieder ein Bioshock Part kommen Am Donnerstag kommt als erstes Video ein Red Dead Redemption Part Und das habe ich gerade ganz vergessen Genau, Dienstag kommt dann ein Red Dead Redemption Part Ähm, Mittwoch Bioshock Donnerstag ein Red Dead Redemption Part Und ein FIFA Video Freitag Freitag kommt ein Bioshock Video Samstag kommt ein DayZ Video Äh, von unserem DayZ Let's Play Und Sonntag kommt dann wieder ein Battlefield Video Das wäre jetzt erstmal so der grobe Uploadplan Äh, ja, das ist der Uploadplan Der grobe, das ist der Uploadplan Wie gesagt, wenn irgendwas noch dazwischen sein sollte Oder wenn wir irgendwas anderes aufnehmen Wir klatschen das dann irgendwie dazwischen Ja, wie gesagt Vorschläge haut wieder in die Kommentare Genau, und, ähm Falls ihr noch irgendwas Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt Oder so, schreibt sie auch in die Kommentare Ähm, als grobe Zusammenfassung würde ich sagen Morgen, dem Samstag, den 4. August Ja, ist es übermorgen 18 Uhr Heute ist Freitag Achso Wir laden heute, wir laden morgen das Video Äh, Überforderung Also, oh Gott Also wenn ihr das Video seht Ist es Freitag Höchstwahrscheinlich Und Samstag, vierten, achten, vierten August Warte, was wäre Alter, jetzt bleib doch mal ruhig Nein, was wäre, wenn die jetzt irgendwo leben Wo die Zeit zurückgestellt ist Das heißt, die Zeitverschiebung ist Und, ähm, das heißt, sie würden damit durcheinander kommen Und... ach, egal Hm, unwichtig Nein, nein, nein Samstag, Samstag, vierter Ja, genau Samstag, vierter, achter Also, du hast mich... Mitteleuropäischer Zeit Ha! Jetzt haben wir's Du hast mich jetzt so durcheinander gebracht Das gibt's gar nicht Samstag, der vierte, achte, 2012 Um 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit Gibt's keine Verwechslung mehr Ja, du bringst mich nicht vollkommen durcheinander Okay Ähm, Belfi3 Kommt bitte auf unseren TS Die TSIP Schreiben wir nochmal in die Beschreibung rein Und, ähm, ja, den Upload Der Uploadplan, der gilt ab jetzt Und dann Wünschen wir euch noch einen schönen Tag Bis dann Ciao, ciao